Hier hoch, aber nicht nur hier, sondern dann ist es noch weiter hoch, ne? Das ist nur die Frage, wie steil der Hang da ist, wenn das nur so ein... Der erste Hang ist schon ein bisschen steiler. Also Thomas hat gesagt, es ist sinnvoll, hier hat man oben nicht aufbauen kann und dass man... Also ich habe mir gedacht, dass wir den ersten hier fahren, und da ist es halt oben immer ein bisschen enger, da ist es hier praktischer. Dann trägt man die paar Meter die Skier auf die Schulter. Wie weit ist das noch, bis wir da sind? Weiß ich nicht. So weit wie hier bin ich noch nie. Aber das sieht sehr platt aus. Stefan!